Hallo zusammen, euch ist bestimmt auch schon mal aufgefallen, dass wenn ihr jemals ein Aquarium besucht habt, ein sehr wichtiges und interessantes Tier fehlt. Der weiße Hai. Es gibt kein Aquarium auf dieser Welt, die einen weißen Hai haben. Aber wie schafft der weiße Hai, dieses legendäre Tier nicht in einem Aquarium zu landen? Ist es vielleicht, weil er zu schwer zu fangen ist? Oder ist es einfach unmöglich, ihn in ein Aquarium zu stecken? Heute haben wir eine Liste mit den 10 wichtigsten Gründen zusammengestellt, warum niemals ein weißer Hai in einem Aquarium zu sehen sein wird. Und wenn ihr wollt, dass das so bleibt, dann gebt dem Video einen Daumen hoch und der weiße Hai wird immer seine Freiheit genießen dürfen. Seht euch auf jeden Fall das Video bis zum Ende an, der Nummer 1 wird euch das Herz brechen lassen. 10. Es ist zu schwierig, einen zu fangen Einer der Hauptgründe, warum weiße Haie nicht in einem Aquarium gehalten werden, ist einfach. Sie sind viel zu schwer zu fangen. Viele Aquarien auf der ganzen Welt haben es schon versucht, diese riesigen Tiere zu fangen, aber ohne Erfolg. Bis heute ist es fast unmöglich, einen weißen Hai zu fangen. Bisher wurde nur ein einziger weißer Hai in der Geschichte der Menschheit gefangen. Und das war 1955. Es ist fast 70 Jahre her, dass wir zum ersten Mal einen weißen Hai gefangen haben. Und niemand hat es seitdem wieder geschafft. Das liegt vor allem daran, dass die Versuche immer in einem Fehlschlag enden. Diese Tiere sind nicht nur riesig, sie sind auch extrem aggressiv. Nachdem sie den Hai 1955 gefangen haben, musste er nur einen einzigen Tag lang in Gefangenschaft verbringen, nachdem er wieder freigelassen wurde. Die Menschen fangen schon seit Jahrtausenden wilde Tiere, um sie zu zähmen. Viele Könige, die vor tausenden von Jahren lebten, hielten zum Beispiel gezähmte Wildtiere in ihren Häusern, darunter Löwen und auch Tiger. Weiße Haie jedoch lassen sich nicht so einfach zähmen. Auch wenn viele Aquarien gerne einen weißen Hai zeigen würden, ist es nicht so einfach, sie zu zähmen und unter Kontrolle zu behalten. 9. Sie sind schwer zu transportieren Weiße Haie sind sehr große Tiere. Viele von ihnen werden sogar über 6 Meter lang und wiegen oft mehr als 1100 Kilo. Das ist mehr als eine Tonne. Mit diesen Tieren ist nichts zu spaßen und wir haben schnell gelernt, dass der Transport eines Tieres dieser Größe über den Ozean keine leichte Aufgabe ist. Für die meisten Unternehmen ist die Mühe, das Tier zu transportieren oder das Risiko und die Kosten ist einfach nicht wert, die damit verbunden sind. Selbst wenn sie transportiert werden könnten, sind sie immer noch zu schwierig zu fangen, da sie so aggressiv sind. An diesem Punkt werdet ihr vielleicht sagen, Orcas und Delfine sind doch auch in Aquarien auf der ganzen Welt zu finden. Dann hast du natürlich recht. Auch wenn diese Tiere von der Größe her ihm ziemlich ähnlich sind, lieben die weißen Haie einen guten Kampf und sind zu aggressiv und gefährlich, um sie zu fangen und über eine weite Strecke zu transportieren. 8. Der Mangel an Ressourcen Denken wir mal darüber nach, wie viel Geld ein Aquarium jedes Jahr erwirtschaftet. Tausende von Dollar, Millionen. Aber im Endeffekt spielt das alles keine Rolle, denn der weiße Hai ist einfach zu teuer in der Pflege. Aus diesem Grund erkennen viele Aquarienbesitzer, dass sich die Kosten für die Ausstellung eines Hais einfach nicht lohnen würde. Es wurden schon eine Menge Forschungen betrieben, um herauszufinden, was es kosten würde, einen weißen Hai in Gefangenschaft zu halten. Die Wissenschaftler sind zu dem Entschluss gekommen, dass wenn man einen weißen Hai besitzen möchte, man auch in der Lage sein muss, mit ihm um die Welt zu fliegen. Während einige Tiere während des Fluges auf Eis gelegt oder gepflegt werden können, ist das für den weißen Hai einfach nicht sinnvoll. Sie sind einfach zu groß und brauchen eine Menge Pflege. Selbst wenn man es schaffen würde, einen weißen Hai über den Globus zu fliegen, bräuchte man ein Aquarium von mindestens 10,6 Metern Tiefe mit einem Fassungsvermögen von 3,7 Millionen Liter Wasser. Selbst wenn man es schaffen würde, ein so großes Becken zu bauen, bräuchte man einfach zwei davon, um einen weißen Halm zu zähmen. Um den weißen Hai dauerhaft unterbringen zu können, bräuchte sein Aquarium fast 15 Millionen Liter Wasser. Wir können uns nicht vorstellen, wie groß ein solches Becken sein müsste. Einfach unrealistisch. 7. Sie werden beim Einfangen verletzt Es ist nicht so, dass es unmöglich ist, einen Hai zu fangen. Wir haben es ja in der Vergangenheit auch schon oft getan. Das Problem ist, dass sich die Haie beim Fangen immer wieder verletzen. Egal was wir versucht haben, sie verletzen sich, da sie bis zum Tode kämpfen. Und das wird auch noch schlimmer, wenn der Hai in ein Aquarium gesteckt wird, an das er nicht gewöhnt ist. Diese Haie werden super aggressiv und tun alles, um aus diesem Becken zu entkommen. Es kommt sogar häufig vor, dass sie versuchen zu entkommen, indem sie mit ihrem Körper gegen die Scheibe schwimmen. Sie versuchen dabei alles Mögliche, um das Aquarium zu zerbrechen, selbst wenn sie sich dabei selbst verletzen oder dabei sterben. Die meisten Verletzungen, die durch das Gefangenwerden entstehen, sind geringfügig, aber diese Tiere sind einfach unerbittlich. Das bedeutet, sie würden einfach alles tun, um nicht in einem Aquarium zu landen, selbst wenn es das Leben kostet. Diese Tiere sind von Natur aus Nomaden, Freigeister, das heißt sie schwimmen immer dahin, wo sie gerade Lust haben und bleiben nie an einer Stelle. Wenn sie sich ihrer Freiheit beraubt oder bedrängt fühlen, drehen sie durch und machen verrückte Dinge, nur um zu entkommen, auch wenn sie merken, dass dadurch die Situation nur noch schlimmer wird. 6. Sie mögen es nicht, in Gefangenschaft zu sein Einem Aquarium gelang es einmal, einen weißen Hai erfolgreich zu fangen. Allerdings lebte dieser Hai nur fünf Wochen, bevor er an seinen Verletzungen starb. Wir wissen nicht genau, warum sich Haie im Gegensatz zu den meisten Tieren nicht an ihre Käfige gewöhnen. Selbst wenn man ihnen alles Notwendige besorgt, wie Nahrung und andere lebenswichtige Dinge, werden sie sich immer weigern, in Gefangenschaft zu bleiben. Haie werden schnell depressiv, sollten sie lange in einem Käfig gehalten werden. Schnell verweigern sie das Essen und sind unglaublich aggressiv, was zu potentiellen Schäden führen kann für die Aquarien-Mitarbeiter und für den Hai selbst. Normalerweise fangen sie an, in ihrem Becken Kopfstöße zu verteilen, was schwere Verletzungen und Folgen für sie haben kann. Selbst wenn sie erkannt haben, dass ein Entkommen unmöglich ist, werden sie niemals aufhören, es zu versuchen. Sie werden weiterhin alles tun, was sie können, um aus dem Käfig zu entkommen, was in der Regel meistens erst nach ihrem Tod endet. Das ist auch der Grund, warum noch kein weißer Hai es geschafft hat, länger als fünf Wochen in Gefangenschaft zu leben. Sie lieben ihre Freiheit über alles und hassen es, gegen ihren Willen festgehalten zu werden. Ich finde, das kann man gut verstehen, denn ich liebe meine Freiheit, so wie du auch wahrscheinlich, oder? 5. Sie sind eine Gefahr für sich selbst und andere Wenn ein weißer Hai in einem Becken mit einem anderen Hai gehalten wird, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der weiße Hai den anderen verletzen wird, oder sogar frisst. Das bedeutet, es ist nicht nur schwierig, einen weißen Hai zu fangen, es ist noch viel schwieriger, ihn davon abzuhalten, andere Tiere in seiner Nähe zu verletzen. Stellt euch vor, ihr kauft euch zwei Haustiere und innerhalb weniger Tagen bemerkt ihr, dass ein Haustier das andere gefressen hat. Das ist kein gutes Gefühl und es ist mit Sicherheit keine Situation, an der ein Aquarium gerne beteiligt wäre. Haie sind teuer, also wollen sie auch nicht zulassen, dass der weiße Hai alle ihre anderen Haustiere frisst. Was weiterhin sehr schlimm ist, weiße Haie sind geborene Jäger und es ist schrecklich, wenn man ihnen verbietet, andere Tiere zu jagen. Wenn sie in Gefangenschaft sind, wird ihnen das vorenthalten, deshalb werden sie wahrscheinlich auch depressiv. Sie weigern sich das Essen, was ihnen die Menschen vorsetzen, zu essen, denn dabei fehlt einfach der Nervenkitzel, seine Mahlzeit zu töten. Dies führt natürlich dazu, dass sie verhungern. Sie sind unabhängige Tiere und wollen oder brauchen einfach keinen Menschen, der sie von Hand füttert. 4. Der Mangel an Nahrung Ein weiteres Problem bei weißen Haien ist, dass sie hauptsächlich von Meeressäugern wie Ottern oder Robben leben. Sie fressen diese Tiere nicht nur als Nachmittags-Snack, es ist ihre primäre Nahrungsquelle. Sie fressen diese Meeressäuger in so großen Mengen, dass viele von diesen Tieren sogar vom Aussterben bedroht sind. Schon alleine der Gedanke daran, dass ein Aquarium einen weißen Hai jeden Tag mit mehreren Robben oder Ottern füttern müsste, ist einfach lächerlich. Mal abgesehen davon, dass diese Tiere auch vom Aussterben bedroht sind, wäre es einfach ein traumatisches Erlebnis für Kinder zu beobachten, wie diese Tiere getötet werden. Kein Aquarium der Welt würde bei klarem Verstand ein gefährdetes Tier an Haie verfüttern. Der damit verbundene Aufwand wäre einfach überdimensional und es wäre schädlich für unser Ökosystem. 3. Schlechte Gesundheit Eine der Hauptgründe, warum Aquarien nicht bereit dafür sind, einen Hai zu beherbergen, ist die Tatsache, dass ihre Gesundheit sehr schnell versagen kann. Wissenschaftler erforschen Haie schon seit vielen Jahrzehnten. Sie haben ihnen Peilsender verpasst und festgestellt, dass Haie innerhalb von wenigen Tagen Hunderte von Kilometern schwimmen können. Das beweist, dass Haie Nomaden sind. Sie lieben ihre Freiheit und halten sich nicht lange in einem Gebiet auf. Ihre physikalischen Eigenschaften erlauben es nicht, diese Tiere in Käfigen zu halten. Sie brauchen offene Gewässer und den Zugang zu verschiedenen Arten von Meerestieren. Von Natur aus benötigen Haie viel Platz und Bewegung. Wenn Haie nicht frei umherschwimmen können, werden sie schnell krank und wenn sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert, könnten sie innerhalb von wenigen Wochen oder Tagen versterben. Dies kann aus einer Vielzahl von Gründen passieren, aber um es einfach auszudrücken, Haie benötigen ihre Freiheit. Und sowas kann ein Aquarium einfach nicht tun. 2. Mangel an Erfahrungen Ungeachtet all der Schwierigkeiten, die es mit sich bringt, einen weißen Hai in Gefangenschaft zu halten, haben es einige Aquarien schon geschafft. Im Jahr 2016 ist es einem Aquarium in Japan gelungen, einen 3,35 Meter langen Hai zu fangen. Allerdings verstarb dieser Hai auch, nur nach wenigen Tagen, aus unbekannten Gründen. Als Menschen haben wir nicht die nötigen Erfahrungen gemacht, um einen Hai in Gefangenschaft zu halten. Wir haben keine Möglichkeiten, ihren natürlichen Lebensraum zu imitieren. Das bedeutet, dass ein Hai, auch wenn er uns, völlig gesund erscheint, jeden Moment sterben kann, einfach nur, weil er aus seinem natürlichen Lebensraum entfernt wurde. Die Experten sind sich immer noch nicht sicher, warum dieser japanische Hai gestorben ist, aber seine Geschichte dient als Lektion für viele anderen Aquarien auf der ganzen Welt. Versucht bitte nicht, einen wilden weißen Hai zu zähmen. Es ist einfach nicht möglich. Diese Haie brauchen eine natürliche Umgebung, die der Mensch ihnen niemals bieten kann. Aber bevor wir zu Nummer 1 kommen, möchte ich, dass ihr dieses Video liked, damit die Haie auch weiterhin in Freiheit leben können. Wenn du den Kanal abonnierst, garantiere ich dir, sieben Jahre lang Glück zu haben. Versuch es doch einfach. Nummer 1. Es ist unmoralisch. Der wichtigste Grund, warum wir keine Haie fangen können, ist einfach. Es ist unmoralisch dem Tier gegenüber. Wie unglaublich grausam und skrupellos muss man sein, einen Hai aus den offenen Gewässern zu entfernen und ihn dazu zu zwingen, den Rest seines Lebens in einer Glaskabine zu sitzen. Mit einer Depression ist nicht zu spaßen und diese Haie können sofort depressiv sein, sobald sie in Gefangenschaft leben. Es handelt sich hier um hochkomplexe und intelligente Tiere, die darauf angewiesen sind, in offenen Gewässern mit endlos vielen Ressourcen zu leben. Einen weißen Hai zu fangen, wird immer auf dieselbe Weise enden, und zwar mit dem Tod der Haie. Das ist auch der Hauptgrund, warum du niemals einen weißen Hai in einem Aquarium sehen wirst. Mich macht es sehr glücklich, dass der weiße Hai bis zum Tode kämpft, um seine Artgenossen vor der Gefangenschaft zu bewahren. Was sagst du zu weißen Haien in Gefangenschaft oder allgemein zu gefangenen Tieren? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann gib dem Video einen Daumen hoch, teile es mit deinen Freunden und abonnier unseren Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.